So, ich fahr jetzt zum Marvin und danach hol' ich dich, Mitchell. Naja, lass dir Zeit. Und was ist mit mir? Ich hol' mir auch noch. Ich muss erst mal zusehen, dass ich... Weil Marvin ist jetzt am nächsten, glaub' ich. Ich download' nix, ich upload' nix, ich... Es ist grad nix offen, was Internet bezieht, außer Skype und... Ja, also Fahrt ist der Internet anscheinend fett am Abrecken. Du kannst doch nicht einfach sterben, Alter. Sollten wir vielleicht was bei TS machen? TS? Verbraucht weniger Internet. Ja, ja, schlecht, aber... Ich fahr' erst mal zu dir und dann schau' mal weiter. Jonas, kannst du mal gucken, was für'n Ping der Mitchell hat? Jo, kann ich machen. Ich bin in Hubsberg gespawnt. Das ist doch bei Arnoldstein sein. Ich krieg' in Momentan ganz, ganz langsam Richtung Little Burst. Ah. Jawohl. Ähm, Mitchell hat n' Ping von... äh, 45. Lol. Auf dem Airfield hat grad jemand mit Acker geschossen. Ja, das sind die NPCs. Ach so, ähm, ihr wollt zu welchem Airfield, zum oberen oder zum linken? Mag ich mir mal, na, wie weit bin ich weg? So, ich bin leicht angespannt, wer grad von dem Air beschossen. Ah, 4000 Meter. Ja. Aber das sind, äh, nicht die NPCs, oder? Äh, was? Aber mehr er fehlt. Ja, die... Nein, ich hab' jetzt grad' beschießen. Ne, oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Ich bin von dem Air beschossen. Also... Bei mir ist ein Player. Der Schütze. Ja. Ernsthaft, warte'n, hau' ich den Meck. Also... War'n wieder schwierig. War'n wieder genau? Hm, bei diesem begehbaren Hangars mit der, also bei diesen Hallen. Bei den großen Hallen. Jetzt sollte zum Little Bird ich mehr holen wollte. Scheiße. Ich weiß, wo er ist. Ich kann noch mal. Hm, na. Ich hab' mir zu gern das Necken. Aber der, der, der ist mich doch direkt raus. Wenn der, 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 der schläft, schieß ich ein paar Mal auf ihn. Ich würd auch gerne mit einem Rai gegen fahren, aber ne, den Rai, den brauchen wir noch. He, he, he. Hörst du mich schon, Marvin? Noch nicht. anscheinend ist der Little Bird kaputt, weil er ist ausgestiegen ich höre aber an zweitem Umschrauber ich höre gerade kein Heli, aber ich habe auch gerade leiser gestellt, weil es mich angekotzt hat weil es zu laut war dann laufe ich mal über Stock und Stein jetzt solltest du mich eigentlich gleich hören ich bin auf der linken Seite im Wald, da fahre ich mit dem Uralkrad durch also ich laufe jetzt zum linken Airfield einfach hin naja, einfach hinlatschen 4.180 Meter das geht an sich es gibt schlimmeres vielleicht habe ich ja Glück, ich finde wieder mitten im Wald irgendein Fahrzeug vielleicht habe ich ja Glück, ich bin wieder mitten im Wald irgendein Fahrzeug also man stelle sich vor, mitten im Wald steht auf einmal eine Patch in Heiler hast du den Knarren? ja ich habe Knarre der ist nach rechts gelaufen der rennt in meine Richtung kommt in deine Richtung? ja klar, wenn er nach rechts läuft also er läuft Richtung Wasser glaube ich, ja er läuft Richtung Wasser ach so, ok komm zu diesen äh, Bunkerdingern Zu welchen Bunkerdingern? hinterm Erdhaus oh Gott, 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 ja so gut wie ich glaube ich habe mischt nur Marvin ich höre ne Leiche, warte soll ich auf sie nicht? ja, das sieht das schon mal gut aus was, Waffen? Headschat? Jagdmesser? ich war jetzt auch sehr viel sich heißt es drauf wusste der Speck gelaufen Kurs er wird was du siebbeln das ist jemand auf dem Airfield M4 das ist MPC MPCs haben meistens nur Shotgun Sniper oder M4 mehr Waffen gibt sie auch nicht M4 das ist was es alles gibt ich meine jetzt von den Waffenarten ich meine Sniper, Shotgun, äh Sold Rifle was gibt es noch? Okay, Light MG dann gibt es noch die OP Waffen welche? Achso Rocket Launcher Alien Sniper oder das da liegt einer mit Gillyanzug und Dragunov das ist einer der Sniper wo ist der? Toter ich würde jetzt theoretisch sagen, ich schleiche mich jetzt zu dem Wichser hin wo, welcher Seite bist'n du? Hä? wo bist'n du? äh von der Waldseite gegen, also da steht kein Hangar ich seh den Little Bird, ich bin auf Höhe des Little Birds auf der linken Seite wo kein Ding ist kein Hangar kann das sein, dass da hinten auch noch ein fetter Hubschrauber steht wieso bist du tot? Jonas? Gebäude da steht ein Huey und ein Blackhawk ja ich würde da, ey 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 warte mal, auf der anderen Seite siehst du da wer da zieht Zombies? ja ich hab grad jetzt, äh Zombies gesehen vielleicht drauf schicken mal, Avin, wo du bist ne? da war ich auch vorhin, dass da waren die, äh Dinge, da waren die NPCs, die mit erschossen haben soll ich auf ihn schießen? da ist ein Player wieder ja ja ich schieß, was das Zeug hält, ist mir ihr Bumpe ich hab' ein Speedboot warte ich muss mal gucken, wo du bist ich weiß jetzt glaube ich, wo du bist und das danke, Mauer, dass du jetzt weißt, wo ich bin ja das ist genau auf einer Seite ja hab' ich doch gesagt auch weil hinter den Büschen jetzt, ne? nee, ich nee ich schieße aus dem Zombie kommt ey Leute, ich komm äh, Marvel, du siehst grad den anderen Player oh, nee das sind ich ja, hast recht guck zu mir, Zombie naja der andere Player hat nämlich grad in den Hangar gelaufen ernsthaft? da ist da noch einer nee, der, den ich angeschossen hab, der ist, ähm, in Waldrein an welchen Airfield seid ihr? einer ist im Tower linkes Airfield ich höre in den Tower oder in den Baracken ich höre mal schnell den Ural, damit den keiner klaut, ne? ja, tu mir als jemand für ein bisschen Zombies, dass ich die Sniper von dem Wichser holen kann ernsthaft? aber die kann mich dann nicht nur beschussen nehmen ich jetzt quer über das Airfield Mann, zu wem sagen die das denn, wenn die im Sideschanneler waren? im Hangar, Feuer, Eröffnung ja, wo, wo sind die Hangars? Ich seh die nicht äh, äh, im Tower, im Tower, im Tower im Tower ist der Typ? ja, der hat grad geschossen, ich hab grad, äh, Qualm gesehen ok, ich werd den der war da wie wild grad rum ich werd den Tower jetzt stürmen, ne? tu das oh nein ich seh einen mit ner Waffe ja, mit ich gehst zurück ok, er muss, er hat das nachgeladen, wenn der jetzt hoch... ja, schrecklich sagst du lol, der hat hier extrem viele Leichen erschossen weißt du den Tower hinter den Industriehallen? ja gut ich hoffe, das stimmt, was du gesagt hast der weiß, dass ich hier bin, der Spinner ich schleich mich jetzt in den Typen mit dem Ghillie-Suit schichelige schichelige kannst du mit der SVD umgehen? ja den krieg ich doch niemals weggesnacket, alter ja jetzt nochmal essen muss ich hinkommen bevor er die Leichen verschwindet aber jetzt packt er bei mir rum, alter ach kacke, der kniet sich ja hin, wenn er jetzt da lootet wo bist denn du? ich bin an so... ich bin an so'n Militär-Tower Warte mal, äh, bist du in der Nähe vom, äh, vom, von, siehst du grad, siehst du grad, siehst du grad, ey, ey, bist du das da unten? Ich renne nicht, ich stehe. Ich liege neben einer Leiche mit Giddy-Suit. Wenn ich mich hinlege, dann bin ich das jetzt. Also ich hab mich grad hingelegt. Alter, was macht der Trottel? Ich stehe hier an der Wand. Ich steckte die SVD wieder weg. Ist jemand mit einer Waffe. Meine SVD ist weg. Ich bin im Tower. Hier ist niemand. Der hat ne Sniper, alter, fuck. Meine SVD hat sich weggeglitscht. Wollt ihr auf dich geschossen, Marvin? Nein. Aber der hat nen GPS, der Wichser. Alter, Marvin? Der ging jetzt schon näher auf mich drauf. Marvin? Mein Ding ist wirklich auch... Äh, Marvin? Ja? Ich wär dich auch grad beschossen. Nein, schießt er grad vor auf dich. Ja, Marvin, kannst du mir mal helfen, bitte? Ich kann leider nichts machen. Der Ural steht hier in der Nähe, mein Freund. Ja, ich hab nur ne M9, mein Ende, wer hat sich grad weggelegt? Ich weiß, wo der Typ hängt. Ah, jetzt ist ein NPC. Warte, ich schieße grad zurück. Nee, ich schieße nicht zurück. Ich hör ja zwei Schüsse. Oh, kacke, kann er nicht liegen bleiben beim... Fuck, der Ural ist gleich Geschichte, alter. Ich kenne Kill the Summys. Scheiße, das hab ich nen ganzen Platz. Das sind zwei Spieler, oh fuck. Ich, hier sind jetzt mehr. Fuck, ich werd getroffen. Jetzt werd ich beschossen. Ich werd getroffen. Ja, ich werd momentan nur beschossen. Dann fahr mit nur Ural da weg, du kannst den Bäume wegbrettern. Nutze diese Möglichkeit. Ah, ich seh den Player. You bleeding. Ich hab momentan eine AK. Lad nach. Ja, ich hab mich keine Monizung für die AK. Wir sind beide rausgerannt. Alter, ich hab ne Grenade. Ich hab mehrere Grenades. Hab ich nen geskillt? Hab ich einen gekillt? Ich hab jetzt mehr, ich hab jetzt mehr F9-Pistolen. Ähm, hast du ne Waffe, Pat Marvin? Ich hab ne Pistole, meine SVD hat direkt getroffen. Ah, fuck, der hat mich direkt getroffen, fuck. Komm, verblute, ich hab ihn doch auch erwischt. Ach, der schießt mich jetzt down, fuck, bin tot. Leute, seid mal, warte mal, ganz kurz, Leute, seid mal kurz leise. Lauft einfach zum Airfield, wir brauchen unbedingt Verstärkung, alter. Schade, schade, schade. Leute, seid mal bitte ganz kurz leise. Ich hab mir nen GP gezogen. Ja, hier schießt einer mit AK, da hab ich aber keine Chance gegen die Tüfe. Marvin, von wo schießt der Junge? Ich kann's noch nicht sehen, ich hör nur die Schüsse. Braucht ich grad extremst als Scouter? Ja, was soll ich scouten? Ich weiß ja nicht mehr, wo du bist. Alter, ich bin im Air... Ja, geil. Jetzt weiß ich doch, glaub ich, muss ich... Ja, jetzt weißt du, wo ich bin. Ja, grad einer mit AK ist angeschossen. Ja, guck mal, ein Chat, mein Freund. Ja, ich weiß. Oh nein. Ich kann dir sagen, wo der Ural steht. Moment. Ich hab grad den Typen mit M4 abgeknallt. Er blutet. Marvin? Ja? Bei dem Tower. Ja, da hab ich grad einen Typen angeschossen. Leute, der hat aber ne AK. Und ne, da läuft jetzt, jetzt ist noch ein Typ mit der AK da. Jetzt, dann geil hat er dir die M4. Ich hab ihn nur angeschossen, man gekratzt. Er muss jetzt noch verbinden. Ich seh nicht mehr, dann ist er, komm die zum Besatz. Ich weiß, jetzt wär' ich geschossen. Scheiße. Ich weiß, wo der Ural. Er hat mich angeschossen. Aber ich blute nicht und hab auch nicht so viel Blut verloren. Ja, doch, äh, jetzt hab ich nur noch 7.000 Blut. Marvin? Der Ural ist im Wald, rechts vom Air Tower oder links vom Air Tower. Gucke da einfach rum. Jetzt blute ich, komischerweise. Da liegt eine M4 drinne und wenn du dann mit der M4 jetzt nicht das anstellt, was ich denke. Er ist immer bitte ganz zu klein. Stopp! Er hat mich weggeknickt. Achtung. Jetzt schießt er auf mich drauf.